Jo Leute, willkommen zurück zu einer Runde Widget auf der Map, die ich bis jetzt als Einzige noch nicht in einer Random Map auf dem Server gespielt habe. Also ich habe die nur mal auf einem Server gespielt, der zur Release offen war, um nur diese Karte zu spielen. Da habe ich auch die Secret Props damals geholt, seitdem nicht mehr das Vergnügen gehabt, diese Karte als Hexe zu spielen. Wenn, dann spiele ich die komischerweise immer als Hunter. Ist echt ätzend. Gucken, wie wir das schaffen. So, ich habe natürlich ein super Versteck gefunden, direkt zum Anfang. Ähm, ich werde einfach hier liegen bleiben und mal gucken, was passiert. Weil wir sind, das Fühnchen ist sehr, sehr nah. Aber, solange keiner hier drum herum geht und sich fragt, was macht ein Smaragd oder ein Tourmalin? Wobei, das ist eher Smaragdgrün. Ähm, Moment, da oben steht Peridot. Das ist, glaube ich, Smaragd, oder? Das ist doch Smaragd, oder? Hm, Handy liegt jetzt gerade wieder mal nicht in meiner Nähe. Äh, deswegen... Joa. Ähm, Aber, solange hier keiner rum geht und, äh, da mal genauer guckt, werde ich wohl... könnte ich da unten wohl unerkannt weiter liegen. So, einfach mal an dem vorbei. Fuck. Scheiße, der hat mich wirklich gesehen. Hau ab! Hau ab. Hau ab. So. Das Problem ist... Der weiß jetzt, dass ich ins Verrückte bin. Das heißt, ich muss mich jetzt in irgendwas anderes verwandeln. Hier. Paddel. Arschlecken. Ich steh drauf. Warum fällt das immer weiter runter? Okay. Naja, wurscht. So. Schauen wir mal. Das ist die große, weite Welt. Für eine kleine Kanonenkugel wie mich noch zu bieten hat. Ich bin Patrick. Ich bin Patrick. Patrick Star. So. Patrick, der Versteckenmeister. Warum gibt's eigentlich nicht Spongebob? Oder zumindest eine Adaption auf Spongebob. So. So. Wie. Ich bin derjenige. Na 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 na. Na 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 na. Patrick schwimmt durch den Ozean. hat ja ich hab sogar die meiste Distanz zurückgelegt ich kack ab ey das ist XP 123 Siegesbonus 30 sehr schön mit dem nächsten, ah ich liebe The Chubby Potato ist ne super Map Potato ne ja Chubby Potato genau welches Layout haben wir haben wir Giant Pizza, ich glaub es müsste Giant Pizza sein aber ohne Zotbot Zotbot oh wir sind sogar Hexe ich mach jetzt was was ich schon ewig nicht ah scheiße ist nicht dann würde ich sagen einmal hier hin einmal hier hin safe so ich glaube ich bin safe ich bin gespannt ob da jemand drauf kommt also ob jemand mich hier findet ziemlich unwahrscheinlich also wirklich unwahrscheinlich nicht weil es gar nicht als Prop wahrgenommen wird eins der besten Verstrecke meiner Meinung nach man ist außerhalb der Reichweite von den Hütchen weit außerhalb der Reichweite von den Saugern man ist so unauffällig von unten sieht man es teilweise gar nicht man achtet auch nicht drauf und äh man hat ne super Übersicht außerdem kann man direkt auf jemanden schießen wenn der auf auf einen drauf zielt also das ist wirklich so der perfekte Spot meiner Meinung nach und hier hinten geht sowieso kaum einer lang deswegen also ich bin gespannt ob es überhaupt jemanden gibt der auch nur in meine Richtung gucken wird und man schmeißt ja auf ein Hühnchen kein ach äh auf ein Hühnchen kein Dach auf das Dach kein Hühnchen das heißt selbst da haben sie leider Pech dass sie nicht auf das Dach schmeißen und ich dann getriggert werden würde so normalerweise hätte ich mich jetzt hier auf die Seite hätte ich mich mit einer Giant Pizza gelegt aber wir haben sie leider nicht auf dem Layout mhm 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 also das ist halt das Problem bei Mobification eventuell habe ich gerade eine Hexe gesehen wie ich hier hoch geflogen bin da achte ich selten drauf ähm mhm 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 Aber Moment Äh, nein Das Ser war falsch Eigentlich T-H-E-I-R Der Ihr Spielzeug Na egal Äh Okay Ich würde sagen Es war eine erfolgreiche Runde War das schon die zweite? Ich glaube ja, ne? Ja, ich glaube das erste war die Patrick War mit Patrick Na 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 Komm schon Zack Jawohl Durchschnittliche Popgröße 2,86 Meter Und damit habe ich mich versteckt Ich bin super Beste Äh, beste Versteck ever Och, ich liebe es Chummy Potatoes So eine geile Map Leute, wenn es euch gefallen hat Liked da Das würde mich auf jeden Fall freuen Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Widget Hauts rein Bis dahin Ciao, ciao